hallo liebe freunde heute wieder euer lol heute zacken wir GTA Sandareas genau aber erstens jetzt schnauzehnen also jetzt erstens zacken wir mal ab dann machen wir schon einen Unfall genau also Leute wir zacken mal wieder in der Runde GTA Sandareas jetzt hab ich vergessen immer also machen wir wieder eine Mission mit unser kollegen SWEET genau erst noch ein geiler Mühle ganz drunk und mit unser geiles geiles Geld nicht zu vergessen mit 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 Ja, das ist echt grove-street-style, jetzt! Cap your ass! And your ass! You want some, too? Ice-cold, baby! I knew I was the chosen one! Oh, man! Check out Special Agent Big Smoke! Und... Ah! You're making me so proud of you! Das ist was Big Smoke! Schießen den Beziehtanker auf dem Manuel, zieh ihn kaputt, okay. Oh... Alter, ist der schon... Ich hab's wirklich wieder... So... Nein... Oh, Scheiße... Ist es hier ein Idiot? Kann ich mal kurz eine Waffe, andere Waffe? Oh, yeah! Ich denke... Äh... Ja! Eigentlich... Du bist ein Killer, Baby! Ice-cold! Aber... 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 Real strength kommt von within, mein Bruder! Listen to the boy! Ja, ich glaube Liberty hat dir den Soften, du nicht, he? Hey, look, lass' split! Hey, I'll see you real, Emmett! Ich bin 100% behind, ihr boys! Aber... Aber... Ihr habt ihn von mir! Und... Emmett ist der Place für Gun! Ich habe immer sehr viel Qualität, Merchandise... Und ich bin stolz auf die Gemeinschaft für über 30 Jahre! Ha, 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 ha! Crazy, old fool! Hey, look, you dry, man! I seen newer Candace in this strap in the museum! We'll be gone! Man, I'm real tired, dude! Drop me off in my crib, baby! What's going on, man? Shit seems pretty fucked up! I was going on, man! Let's see... I saw your pictures! What are you talking about? I'm talking about the choices that all men face, brother! Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all! At least you still talk shit! You ain't changed the clip! Oh, me! No, never! Was... Leute, es hat einen Grund aus... ...zu steigen, weil, Leute... ...ich... ...ja, ich weiß'n... diese kettensäge gibt es in diesem gebiet als zu vergessen so die kettensäge ist genau hier also da genau wenn ihr von die pistole hinkommen also wenn ihr geht dann einmal nach links nach rechts umgehen und dann wieder hexen da seid ihr da ja planen in der kettensäge aber wenn man mit dem sie um so okay sorry Das ist das ... Echt? Ah, okay. Ich bin ... ... das Beste 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 ... Begebt dich zum Video und besorgt ihr Wurzlesen. Info, besorgt ihr Klamotten in Crow Street Farbe. Also, naja, los gehts jetzt. Ich carry so mein besten Outfit, was jetzt mit jedem Let's Play geht, herzene Wissen. Außer kein Part-Arms. Das Outfit habe ich mit meinem Kollegen Elektro gemacht. Kleiner Hinweis. Also, ja, hab ihn abonniert als DJ Georg, genau. Ähm, ich hab ihn abonniert, könnt ihr einfach bei Kanälen nachschauen einfach. Komm in, komm in! Stellt sich die Markierung um neue Klamot da ab? Ach so. Okay. Try on our range in the changing room. Ja. So. Oben Teile, ich denke... Okay, ähm, wir müssen ja was anziehen, ich weiß. Ich war... Ach, stimmt hier, denke ich. Ihr habt genau den hier. Perfekt an Frigje. Danke, Sir. Deshalb brauchen wir jetzt das Geld, Leute. Oh, nehm mir einen Schuh. Nehm mir einen schwarzen mal. Oh, ne, nicht die Schuhe, die sind, die sind... Ach, sie sehen vielleicht gut für euch aus, aber... Ne, für mich ist es nicht gut. Die Tonne gibt es auch davon, aber ist noch schlimmer. Nehmen wir auch grünen. Neiice! Gut, CJ! Ja, kaufe mir ein bisschen. Haben schon viel Geld. Eigentlich müssen wir keine Sorgen machen. Genau, den hier. Wenn ihr wollt, Leute, könnt ihr auch diesen Outfit machen. Ich kann es nur euch empfehlen. ist jetzt der мень weil wir einein, die auslösen haben. nur so eine Brille und da können wir den geilen Tuch holen einfach, Kauf, naja, 200 Dollar geben wir auch für Klamotten. Oh, nehmen wir gerne mal eine gelbe. Ja, sieht gut aus. Wir wollten immer gerne eine Uhr haben. Danke. Danke, weil die haben mich abgezockt. Hm, ja, ich denk's war nicht. Sieht nice aus, Leute, oder? Ich wollte es bezahlen, ob sie hat kein Geld gehabt. Ja, geile. So mussten wir nicht bezahlen. WTF, bitte, was sagst du? Die ist unmächtig geworden, mein Gott. Mh, komm, das war schon. Aber ich denke, packen wir mal in der Straschen herzlichen Auto dran. So, nehmt's hier Mumu holen erst mal. Will ich da die Munition und dann töd ich mich einfach an. So, das war hier, oder? Genau. Dann das, ähm, bitte krieg ich es fast, Ray. Sonst geht man auch noch mal hin. Nein! Okay. Das mach ich dann spät. Ähm, das hier. Also, ich denke, es hat euch gefallen mit unserem Kollegen, CJ, der neuer heißt wie CJ Gang. Ich denke mal bei CJ, aber wir werden noch mit ihm eine Folge machen. Und was da drauf steht, ist es egal. Und hier noch ein kleiner Tipp nicht zu vergessen. Ich hab ein neuer Name. Der Name ist ein Hundertpro und in die Videobeschreibung. Kann nicht nur euch empfehlen. Und das war eine gute Folge mit unserem guter Kollegen CJ. Warte. Genau, weil er heute mal den Motor generell umgeht, also. Und dann prüft er, ähm, macht er eine Tür zum Schlittschuh fahren. Und, weil man heute gelernt hat, können wir keinen Autobahn. Äh. Hey, I'm sorry about this. Ist nicht mein Problem. You enjoying yourself yet? Also, Leute, das war heute mit dem Volling des Scenaries. Und bis zum nächsten Mal mit unserem Hauptcharakter, CJ. Und, ciao!